Und die Vorstandsmitglieder der Generaler Brunus treffen auf das Podium, bitte. Herbert Steffen, Hans Zeicher und Michael Schmitz-Anhalt. Herbert Steffen wird uns jetzt den Text verlesen, der auf dieser Urkunde geschrieben hat. Die Jordaner Brunus Stiftung verleitet sich nach meist 2007 an Prof. Dr. Richard Dawkins für sein engagiertes und kraftvolles Wirken zur Verbreitung und Stärkung eines säkularen, wissenschaftlichen und kommunistischen Weltbildes. Applaus 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 that someday we might overcome religious intolerance, religious fundamentalism, and religious wars. And at the end, we might even overcome the religious belief in a paradise beyond this world, which does not exist. Forgetting that we might be able to create not a paradise, but a world peaceful and humane, worthwhile to live in. Maybe none of us will see this world, but we all should proceed to prepare the way to it. And we shouldn't forget our dream. Thank you, Mr. Dawkins. Thank you.